Wir haben so viele unterschiedliche Tänze, wo man für jeden etwas dabei ist, für kleine, für große. Tchaikovsky haben wir dabei, wir haben aber auch ganz viele neue Sachen, Grease oder die Ghostbusters, also es ist wirklich ein total durchmischtes Programm. Die Tickets gibt es online bei TicketPay, ihr könnt die auch auf unserer Homepage auf Facebook sehen.